Nachwuchs ist unterwegs. Jana, 34, und Tore Schölermann, 36, sind schon seit Jahren ein Herz und eine Seele. Mittlerweile sind die beiden TV-Stars verheiratet, planen ihr Eigenheim und sind stolze Hundebesitzer. Und jetzt setzen sie dem Ganzen das Krönchen auf. Die zwei werden zum ersten Mal Eltern. Dass sie schwanger ist, verkündet Jana überglücklich auf ihrer Instagram-Seite. Zu einem Familienfoto mit Tore und Hund Rudi schreibt sie, Rudi bleibt kein Einzelkind. In einem zweiten Post verrät sie zudem ein weiteres spannendes Detail. Das Baby soll noch in diesem Jahr, um genau zu sein im Dezember, das Licht der Welt erblicken. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, lässt die Schauspielerin an dieser Stelle jedoch offen. Promifreunde freuen sich riesig, dass Jana und Tore Eltern werden. Spricht sich im Netz natürlich schnell rum. Und so dauert es auch nicht lange, bis die ersten Glückwünsche von prominenten Usern eintrudeln. Herzlichen Glückwunsch, schreibt zum Beispiel Let's Dance Profi-Tänzerin Isabel Edwarzon, 39. Auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, 57, ist happy und kommentiert mit den Worten wie schön. Einen ganz besonderen Kommentar hinterlässt Jana und Tores guter Freund und verbotene liebe Kollege Jo Weil, 43. Das wird ein ganz besonders tolles Menschlein werden, innerlich wie äußerlich, bei den tollen Genen, die ihr beiden weitergebt. Das wird ein ganz besonders tolles Menschlein werden, innerlich wie äußerlich, bei den tollen Genen, die ihr beiden weitergebt. Das wird ein ganz besonders tolles Menschlein werden, innerlich wie äußerlich, bei den tollen Genen, die ihr beiden weitergebt.